So Leute, damit wieder ein motiviertes Herzlich-Wir-Komme Leute! So, ich würde einmal sagen, besser schauen wir lieber auf die Karten, weil das hören wir wenigstens, welche Stufe wir dann da am besten haben. Wir haben, besser gesagt, das habe ich mir jetzt einmal freigeschauen. Also ebenfalls runtergeladen, dies, das jenes. Ähm, okay, wieso ich das ein bisschen gerade anders in Erinnerung, dass man da schienen kann, welche Stufe aber noch gut. Ähm, ja, na dann gehen wir einfach hin. Wenn man feste haben will, dass man die Stufe sehen. Interessant. Aber wurscht, ich würde mal sagen, let's go. Okay, Ruhl ans Grab, Ende der Kindheit. Ich würde mich da ein bisschen freuen, wenn da jetzt ein bisschen was gequatscht worden wäre. Ich würde gleich mal wenigstens, was da hier für ein Anfang wäre. Ja, das ist ja eigentlich... Ja, das war echt so schlecht. Aber na gut. Ah, perfekt. Wir müssen da... Ja, genau, da haben wir sogar noch ein Rufzeichen, dies, das jenes. Ideal. Ähm, da werden wir wahrscheinlich ein oder noch mehrere Missionen haben. Wir können sich das eine im Eckerl daran anschauen. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht, womit das ausgelassen hat, dies, das jenes. Aber wir können sich das auch nicht anschauen. Und ich glaube, das ist auch noch einer der ersten Gebiete oder sogar das erste Gebiet. Ich glaube, war das nicht das erste Gebiet, wo wir auch mit dem Claptrap da so eine alte und so dies, das jenes gefunden haben? Will ich meinen? Oder die ersten Sachen gefunden haben für die alte. Sorry, da muss ich jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Irgendwie zu viel Monster und der ganze Mundpick. Aber na gut. Ähm, jedenfalls, wir schauen uns euch das an. Ich freue mich jetzt, schwieg ich, Alter. Ich will einfach nur level, level, level. Weil wir einfach diesen Loot da... Ich will den einfach polarisieren, den Loot. Ich will einfach zerficken. Ich will einfach nur, dass der höher und höher und höher geht. Das war so lokal beschrieben. Du kannst deine Maschinenflüsterin. Darf ich mal? Führe Phasenverschiebung durch. Ah! Ach so! Ja, haben wir doch gehabt. Das ist schon ein bisschen wundes am Anfang. Aber na gut. Wenn es sein dieses Geräts werde ich nicht schlau. Aber ich habe eine Theorie. Kammerjäger, begib dich in mein Labor unter der Darlinie. Frag mich zwar eigentlich eher, was das ist. Oder was ist das denn du bitte für ein Bunkerbau, Alter? Äh, äh. Äh, sexy! Hä? Ja... Wo... Ja, wo du jetzt stehst! Ach du Scheiße! Okay. Also... Interessanter Raum! Also... Ja, wieso... Wieso baut man sowas? Aber trotzdem... Jeder, wie er will! Jeder, wie er will! Ach du Scheiße! Da sind wir Tage auch noch am Start und so. Alles tun wir da ein bisschen. Also... Da würde ich eher sagen... Das ist... Ähm... Ja, sie! Ich sage jetzt mal sie sie! Ähm... Sie fickt sie! Und... Ich glaube eher, dass die auf dem Büh... Sie eher fickt! Naja, vielleicht wenn's so Glück hat, dann vielleicht der Spatz auch einer unten. Schön umoperiert, äußerlich. Und dann unten hat sie jetzt was vergessen. Kann ja auch möglich sein. Ich... Hat ja wohl nur... Den Battler behalten! Man merkt's eh... Ich glaube, auf sowas brauchen wir nicht eingehen! Ah, netzes Österreich! Wien und Nice! Ei, ei, ei... Ehhh... Ja, ich will mal sagen... Like a Phoenix, oder? Ja, jetzt glaube ich wisst man sowieso. Ja, ok. Er wird kein Geld mehr für den Respawns ausgeben! Aber wir sind ja bei 4.000, oder? Hohohoho! Alter! Es ist ein krankhafter Unterschied. Oh fuck. Einmal. Du weißt, wie krankhaft pervers die Waffe ist. Hohohoho. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du wirst am liebsten nicht mehr wechseln hier. Aber leider, du wenigstens. Ja, es geht eh was weiter. Aber es ist einfach nicht so. Du Hardcore-mäßig. Es ist leider nicht so. Okay, ich komm doch lieber an die Mahn holen. Ja, du bist nicht. Alter, du wolltest es mir vorschen. Von hinterher auch noch. Jetzt werden sie ein bisschen... Das ist eine Arsch-Aktion. Das wird jetzt eine richtige Arsch-Aktion. Dann auch noch hinter mir. Ach, sag mal, dass die wenigstens keinen Schutz zusätzlich daherkriegen. Packen wir dir mal die härteren Sachen aus. Aber sowas von. Das ist einfach. Alter, schon wieder? Wie musst du mich forschen? Das gibt's ja nicht. Alter. Ähm, tja, mehr. Warte, 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 warte. Nicht, dass das noch so irgendeine Kugel... Ja, passt. Passt, 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 passt. Komm Digi, komm. Komm. Das Geile ist auch noch. Äh, jetzt darf er da kein... Ja, kein Treffer. Kein Treffer da, gell. Kein Treffer. Komm, 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 komm. Ja, es geht sich noch aus. Es geht sich noch aus. Überleb Digi, überleb. Wie war ein Level? Wie war ein Level Digi? Komm schon. Schau, dass du überlebst. Schau, dass du überlebst. Alter, diese ganzen kleinen krankhaften Wichser da ist ein Wahnsinn, Alter. Muss auch mal alle Hand dran kennen. Ja, super. Ja, schieß mich auch mal an, Pinker, hier, oder? Das ist ein Battle, Alter. Schaut euch den Wichser mal an, Alter. Der sprayt da durch die ganze halbe Map, Alter. Wie willst du denn da ausweichen? Ja, schau, Alter. Kannst du ja noch tanzen, Alter. Ja, tanze ein bisschen, du kleiner Wichser, tanze. Alter. Im Endeffekt. Im Endeffekt. Im Endeffekt ist es so. Ah, wurscht, habt ihr so, wie ich kriegen? Hohoho, saftigen Loot. Und mit saftigen Loot, wahrscheinlich auch gleich die Polizei leer kriegen. Ja! Oh Gott, einfach bei der Waffe. Ja, ja, zer Kopf, zer Kopf. Allerdings, ich muss das doch, die ist leer. Also, drei Schuss. Aber trotzdem habe ich mir jetzt schon... Ui! Ein bisschen eine knappe Geschichte war das jetzt, ja. Definitiv knappe Geschichte. So. Habe ich da jetzt? Nein. Oder? Nein. Also, ich war wirklich brav anscheinend. Ich habe brav das Mann hier alles drum und dran eingesammelt. Soll ich unbedingt da offen? Ja. Unbedingt gut. Äh... Ja, schön. Dann gehst du da rein. Ist mir wurscht. Oh! Das hätte jetzt aber die Urfalle sein können. Alter. Wagen wir's. Unbicker... Oh! Ja, ich weiß. Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Ja, das ist mir schon klar, ja. Oh, wie ist er neid? Wie ist er neid? Ja, probieren wir's. Sogar ein bisschen eisige Sachen. Okay. Ja, jetzt... Ja, jetzt merkt man's. Ja, jetzt merkt man's. Hä. Aber... Erhitzt sich! Alter! Diese scheiß Waffe, Alter! Die... 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 Die kühlt die Gegner, Alter! Die kühlt und erhitzt sich trotzdem da währenddessen. Also Wahnsinn. Aber Hauptsache sie kühlt innerlich. Und kann auch noch kühler Sachen da abfeuern damit. Äh... Verweg. Uh, da machen wir auch wieder was Gutes. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt schon? Oh, wir haben schon magische 500 Volt. Haha, komm her Digi, komm her. Hahaha, wie die alle selber rein gehen. Ah, wir sind anscheinend schon... Okay, doch nicht. Ich habe meine Sehnenfähigkeiten von einem Menschen namens Angel geerbt. Ich habe diesen Prozess noch nicht genau verstanden. Mein Wissen scheint lückenhaft zu sein. Manche Dinge wurden nicht vererbt. Und ich habe ein Dach gehabt, und ich habe ein Dach gehabt auf Chilic. Ja, jetzt haben wir ekelt auch. Pfff. Ich glaube das Wickel. Habe ich jede Menge Artefakte aus Handsome Jacks persönlichen Besitztümern geborgen. Überwiegend nutzloser Tant wie Gold und Edelsteine. Aber zwischen dem ganzen Müll waren auch mal verwertvolle Dinge mit wissenschaftlichen Eigenschaften. Das ist schon wieder so ein großer... Alter, Gott sei Dank. Da hast du... Na, Alter, der... Das war ja nichts, Alter. Gegen ihn. Oh, fuck. Ein gestielender Supertank. Alter, wolltest du mich verarschen? Das gibt es ja nicht, Alter. Wie viel kriegen die jetzt noch, Alter? Das ist ja krank, Alter. Das wird ja nicht normal mehr hier. Fickst dich alle ins Knie? Das ist ja nicht mehr normal. Komm, 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 schleicht dich da besser. Also schleicht dich da, Alter. Schauen wir mal, dass wir den kleinen Zug dann mal fertig machen. Und... Mal schauen, dass ich überhaupt ziehe. Ja. Betriebe. Ja. Immerhin. Wenigstens kriegen das Getre, Alter. Ja, also... Der schießt wenigstens so hin, Alter. Da ist squirtlich, Alter. Da können wir sich nur verfehlen, Alter. Das ist squirtlich, Alter. Er verfehlt. Ich verfehle. Hin und wieder treffe ich. Hin und wieder trifft er. Meine Waffe ist stärker als wäre, aber scheißegal. Hauptsache ich treffe... Ach, so, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Das ist eine Balance. Das ist eine Balance. Ich sag's euch. Ah, der kleine Wichser da, das ist... Wo schluckt er denn? Einer? Alter! Einfach weggeworfen, den kleinen Wichser. Einfach weggeworfen. Was macht denn der jetzt? Ah, okay. Ja, jetzt... Ja, jetzt hat er mich definitiv verkannt. Ja, passt. Jetzt kommt er schon... Oh, ja. Einmal hin, einmal zurück. Wird es ja irgendwo jetzt... Tanung und Enttäuschung oder was? Ja, bitte. Tanung und Enttäuschung. Nein, der kleine Pärbel. Ich glaub, da war er... Ah, der hat ja noch einen. Den hast du aber schnell ausgetauscht. Bist du narrisch? Hm. Also der war da anscheinend gar nicht so wichtig. Hm. Wirklich so groß. Den hat er, den hat er wirklich schnell ausgetauscht. Ich würd mir da überlegen, ob du den da nochmal so zu holen willst. Weil... Hm. Wenn du so schnell ausgetauscht bist... Eier voll. Der Wichser. Eieieiei. Immerhin, immerhin. Oder nicht so eine starke Verteidigung. Aber... Ja... Die Kanaten sind ja wirklich nett. Eier. Fick dich, Eier. Schau mal, dass wir da ein bissl überleben. Oh, ja. Heil mich doch. Schee. Ja, passt. Bis den nicht so leicht zum Eier kriegen. Ha. Also... Na, was geschießt ist? Oder? Ja, doch. Und... Und wie? Die auf mich feuern wir, Alter. Ja, scheißen. Warte. Gehen wir hinter der Deckung da klar. Na gut. Jetzt bist du sauber. Jetzt, jetzt. Ja, da hab ich ja jetzt aber schon was gescheites verdient. Also da muss ich... Alter. Bin ich jetzt schon überall leer? Das gibt's ja nicht. Gewehr? Nein, Gewehr nicht, oder was? Ooooooooh. Ja, es ist... Es ist nicht viel. Aber das ist schon mal 2017. Nein. Ich hab's schon 2018. Oh, das ist einfach mal. Ja, das ist... Nett. Ach, gab's. Oh. 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 Besser. I bin nicht aber gespannt, wie gut das ist. Ab. Ob das Ding auch eine gute Ole ist oder nicht. Bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja Wir werden ja sowieso gleich auf die nächsten Gegner treffen. Also das ist mehr hauf. Allein schon wenn man da reingeht! OUS! Was? Ach so! Da haben wir noch zusätzlich was bekommen. Ja, wir haben schon wieder leer worden. Na, super. Ich liebe das, wenn man doppelt leveln kann. Ja, die Präzision hat sich zwar ein bisschen zum Wünschen übrig, aber die Waffe lässt sich jetzt schon mal sehen. Aber allein schon da, puh, wie schnell die Schirr sind. Du musst ja noch bedenken, wir haben ja noch extra zusätzlicher noch. Äh, Magazin kriegen. Man muss ja immer wieder um denken, alles was wir da nehmen, da haben wir noch zusätzlich 10 oder 20% Magazingröße. Das ist ja noch das, das ist das kleine Kugel, was ich da anhalten, bitte nicht, bitte nicht, tu mir das nicht auch. Das ist ja noch das kleine Kugel, was ich da vernichten muss. So, jetzt machen wir den anderen Kahn da fertig. Ja, so, dann haben wir gleich einen Pimpfi weggegangen. So. Äh, holen wir uns ja die nächsten Pimpfi. Ja, wenn es jetzt nicht so gut ausgeht. Ja, Präzision ist am Starten, boing. Skill ist auch nicht da. Ach, schön, dass du hier rollen machst. Ganz gut, bei meinen, na, alter! Sind wir jetzt schon bei MW oder was? Bei Colop? Durch die Satser steppert, Alter. Verschießt schon durch die Wand, Alter. Dann bin ich dort. Bumm, den frisst einer. So, schauen wir mal. Wo sind die anderen Beine? Sind die schon... Sind die schon reingegangen? Ja, kann sein, dass die schon reingegangen sind. Dann haben wir mal den auch. Ja, dann haben wir noch einen ganz großen. Und dann hab ich eigentlich nur rot gehabt. Ich bitt mir ein, da hab ich nur rot gehabt. Kann man mir nicht denken, dass wir da Platzrichter und einen haben. Aha. Also deshalb. Ja, warte, 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 warte. Vollautomatik. Feuerschutz. Ah, ah. Ja, so fällt es mir definitiv besser. Das muss ich schon sagen. Wenn du lieber öfters nachladen, ist es nicht so tragisch. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, warte. Da tue ich mir hin. So, ich möchte eh keine Sache. Hihi. Nice, bitch. Oh, yeah. Kleine Wichser sind auch am Start. Ja, ganz toll. Ah, da fahren wir sie aber natürlich. Ja, das bräuchte wir uns schon alle besiegt haben. Jei. Scheiße. 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 Ja, hauptsache du gibst mir Money. Das ist ganz toll. Ja, das sind mir die liebsten, Leute. Hauptsache Money, bitch. Warte, 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 warte. Ey, passt mit dein Teil. Warte, bin schon wieder da. Bin schon wieder am Start. So, zeig Fuß, zeig Fuß, Zemente. Ah, der hat sich doch gesagt, ja, jetzt schauen wir mal wie wir ihn wieder am besten finden können. Indem er wieder unter... kommt, da und drüber gezogen hat. Nice. Ja, vor allem ist er ja auch so rumgegangen, oder? Na fix, das war er ja. Na, Alter, jetzt... Äh... Schon einfach nur, dass wir den Battle der Meier bekommen, Alter. Das ist ganz wichtig, einmal. Ah, der kommt jetzt? Ja, die kommen ab. Hahaha. Nice, super. Geile Sache, geile Sache. Na, guck. Schauen wir, dass wir den nächsten Wichser... und aufpassen. Einmal. So, komm, 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 komm. Geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja alles aus. So, dann machen wir den nächsten, Alter. Resistenz, Alter, wüsst du mich forschen. Alter, der will mich forschen. Der will... Der will... Ja, super. Äh, wieso habe ich das Gefühl, dass ich jetzt merke? Irgendwie... Genau jetzt... Irgendwie... Na, da haben wir eh noch einen kleinen Zwickten da noch am Start. Also... So tragisch wäre das jetzt auch nicht. Ich hätte eigentlich sogar fast gesagt gehabt. Schauen wir, dass wir den... Irgendwie... ...so schnell wie möglich besiegen. Weil... Ich habe so das Gefühl... Ah, okay. Der war jetzt nur in dem Moment Resistenz. Alles klar. Gut zu wissen. Ich habe so... Ja... Fuck. Äh... Okay. Okay. Das war jetzt nicht schlecht. Das war jetzt nicht schlecht. Ich habe einfach das große Gefühl gehabt. Ja... Genau. Halt dir recht. Scheiße, das Laser, Alter. Gibt's ja nicht. Verfolgt mich dann noch bis zum Tod an. Super. Das kann ich nicht gebrauchen. Und was ist das? Das ist wie ein geiles Gefühl, das jetzt ist. Auf irgendwas... Irgendwas in die Fresse zu rammen. Boah... Das ist jetzt auch eine gute Frage. Das... Das 99 Abkühlen hat noch nicht so getaugt. Weißt du was ich mein? Sonst hätten die mir das wohl noch ausgesucht. Aber noch vielleicht... Das... Dann wäre er dann ein Minimum an 71er sein müssen. Minimum an 71er. Dann wäre es dann... dann wäre es... dann wäre es gut. Dann wäre es eine gute Idee gewesen. Nein, warte! Wir haben da noch eine schöne Kiste. Wir haben da noch eine schöne Kiste. Die dürfen wir da nicht vergessen. Ja... Ah, da haben wir was Gutes gesehen. Da haben wir was Violettes davon gesehen. Das gefällt mir schon. Das gefällt mir schon hier. Resistenz, oder leg mich am Arsch mit deiner Resistenz, oder? Die Woppen haben mir jetzt am Anfang gezeigt, was Resistenz ist. Oh, F**k. Geht leicht kaputt, Alter. Du, 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 den Begleiter taure, ja. F**k. Ja, fix. Einmal das gleich mal in die Pappe rein. Als Recht, wenn da noch irgendwas im Weg auch noch ist. Ja, fix. Das ist eh recht. So, haben wir es da. Hat der nicht gefeiert, da oben einer? Da hast du ihn schon vernichtet, da hast du ihm schon gezeigt, bis es geht. Ja, hundert Prozent. Boah, da sind wir wirklich wieder hin. Ah, ist schon wieder ein Laser-Bäuer am Start! Schon wieder... Wieso ist der Wirbel? Oder... Gibt's schon wieder eine Nike mit einer Nike-Fähigkeit? Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja, passt. Ja, du bist halt mein nächstes Zichthosser. Du bist wenigstens groß, die kann man nicht mehr wischen. Dachsma! Dachsma, Bulli! Ja, bitte wirf, oder hast du wieder rechts? Ja, wirf den Wichser wieder! Ja, wirf den Wichser wieder! Wie wär das irgendwelche... Wie wär das irgendwelche... Wie wär das irgendwelche scheiß Papierl oder irgendwas? Muss ich jedes Mal was. Bester Vergleich mit dem Papierl. Jawohl. Alter, spielt der auf Mini-Pirat? Der spielt Mini-Pirat! Captain-Tank! Dunk-Lunk! Na, Alter! Der spielt Mini-Pirat, aber der schluckt Ärger. Ist ja noch die TT! Das ist ja nicht normal! Also, dein Bruder hat aber ordentlich geschluckt, Dicki! Der hat ordentlich geschluckt, weil Fiestonarisch! Puh! Puh! Fiestotepet, wenn ich so viel schlucken könnte, Alter! Gleich herraten! Puh! 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 Ja, wir haben das mal so angesehen heute. Oh mein Gott, ja. Dann lassen wir es lieber bleiben. Nicht einmal eine Minute die Waffe. Nein, wir haben das erste Mal abgefeuert. Sag schon Arsch. Sag schon Arsch. Ah moin. Bin mein Großvater. Perfekt. Oh ja. Komm, wir nehmen alles, oder? Wir nehmen alles. Aber für das, dass wir eigentlich die Sachen ja eh schon gekauft haben, so viele. Ich weiß nicht. Ist immer wieder irgendwie was, ja. Aber immer wieder noch zu wenig. Immer wieder und immer und immer wieder. Okay, ja, wenn das Magazin immer größer wird. Ja. 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 Ja.